hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten folge hier bei farming world auf microhazard tv mit mir dem ice dragon in letzter folge haben wir uns diesen kleinen stall hier gekauft also das heißt kleines ist eigentlich ein großer stall ja es ist ja ein großer stall für kleine tiere und haben dort hühner einboxiert die übrigens in einer hervorragenden qualität vorhanden sind bei mir aktuell und wir werden die zeit wieder beschleunigen einfach um noch was zu bekommen ich auch mal gucken die hühner sind ja jetzt noch jungtiere brauchen noch 53 tage bis sie verkaufsfähig sind also ausgewachsen sind und wir gucken einfach mal in den markt ob ihr was hallo verkaufen könnt nein haben wir nicht wie ihr seht haben wir hier oben allgemein als mögliche an obst als gemüse als steinfrüchte samen blatt gemüse tiere oder andere produkte die man nämlich noch herstellen kann mit den produktionsanlagen ich stelle euch mal die produktionsanlagen ein bisschen vor wir können das ja mal hier ein bisschen laufen lassen einfach es gibt ach so er läuft nicht weiter währenddessen sie hier drin sind na gut okay das wusste ich jetzt noch nicht so es gibt viele viele produktionsanlagen erstmal verschiedene lager es gibt große lager also einmal die silos die sind halt für alle möglichen sachen die ja vom feld kommen größtenteils alles was so zum beispiel jetzt körner alles was getreide ist und sowas alles ja dann gibt es das normale warenlager da gehen alle nicht gekühlten sachen rein und dann gibt es noch das klimatisierte lager da gehen alle gekühlten sachen logisch mal rein sind gar nicht so teuer die lager also vom preis her geht das dann gibt es natürlich eine garage die kostet ein bisschen mehr schon aber da könnt ihr natürlich fahrzeuge unterbringen die kleine die wir aktuell haben passen zwei fahrzeuge rein in die mittelgroße wie es aussieht vier und in die große natürlich neun auch wenn die tore nicht neun aussagen sondern nur fünf aber ist okay so fahrzeuge habe ich bisher noch keins kaufen müssen habe bisher immer alles gepachtet aber wenn man dann will kann man natürlich auch kaufen spart im endeffekt irgendwann dann geht weil man viele felder hat dann ist das irgendwann schon sinnvoll so bei den tieren waren wir ja schon die stelle habe ich euch schon gezeigt gewächshäuser die sind auch ganz interessant damit könnt ihr halt sachen wachsen lassen die halt vielleicht sonst hier nicht wachsen würden oder aufgrund der jahreszeit nicht wachsen werden weil wir könnt ihr auch mitten im winter erdbeeren wachsen lassen im wächshaus das ist machbar kostet euch nur geld weil ihr die heizung anschmeißen müsstet aber das geht ansonsten produktionsgebäude da gibt es eine ganze menge gibt es ein blumenhändler groß er kann die folgenden produkte verarbeiten wie ihr seht lavendel narzissen melken rosen und pulpen die könnt ihr nämlich auch anbauen ihr könnt also auch einen nach blumenhändler machen hier geht auch der blumenhändler brauchst du halt um die wahrscheinlich zu verkaufen zur arbeitungszeit ich weiß nicht was er daraus macht oder blumensträuße daraus macht oder keine ahnung denn gibt es eine bäckerei natürlich klein mittel groß jeweils immer die kann natürlich entsprechende mehlsorten verarbeiten nämlich das hafermehl den maismehl reismehl roggenmehl vollkornmehl und natürlich den weizenmehl das heißt ihr könnt natürlich auch alles anbauen dafür gibt es natürlich noch mal extra eine mühle wo ihr das denn entsprechend auch zum mehl erst mal verarbeiten könnt fleischereien gibt es dann könnt ihr halt noch fleisch herstellen wenn ihr die tiere nämlich habt tierhaltung wie ich jetzt angefangen habe mit tierhaltung dann könnt ihr dort nämlich auch noch demzufolge ja noch fleisch auch noch machen was ich auch richtig gut geld bringt also ich muss sagen dass das lohnt sich durchaus konservenfabrik kann natürlich alle möglichen sachen wie hülsenfrüchte mais aprikosen einlegen in dosen dann könnt ihr das in dosen verkaufen noch und hier unten gibt es noch die mühle hier klein mittel und groß die kann natürlich denn entsprechend viele getreidesorten verarbeiten und daraus mehle oder halt pulver oder sowas in der art herstellen und dann gibt es noch die ach so viel hier meine güte die pasteurisierungsanlage um halt haarmilch herzustellen aus kuhmilch oder aus ziegenmilch und die press und sortieranlage damit könnt ihr natürlich viele nuss sorten in öle verwandeln ja hier erdnussöl zum beispiel oder oder keine ahnung was ja noch alles machen könnt habe ich noch nicht mit gearbeitet mit der press und sortieranlage die saftfabrik gibt es noch die natürlich alle möglichen fruchtsorten annehmen kann um daraus säfte herzustellen groß lohnen muss ich sagen tut sich nicht ich habe das schon einmal gemacht ich habe eine kleine saftfabrik aufgestellt und habe festgestellt eigentlich hat es nicht wirklich was gebracht ich hatte äpfel hoher qualität habe sie zu saft fressen lassen und im endeffekt naja kam eigentlich dasselbe raus wie vorher also jetzt nicht von der menge her aber einfach vom vom wert her wenn ich die äpfel so verkaufen würde würde ich fast dasselbe raus kriegen als wenn ich sie als saft verkaufe es macht also keinen großen unterschied von daher in dem fall zumindest wenn ihr jetzt allerdings bei anderen sachen also ich kann ich kann euch zumindest bisher sagen dass es bei dem fleisch durchaus sinn macht denn da habe ich schon eine kleine fleischerei gehabt oder zwei natürlich können größere schneller arbeiten weil die halt länger arbeiten verarbeitungszeit in stunden wie ihr seht die große braucht nur 18 stunden kleine braucht 72 stunden und die mittelgroße braucht 36 liter dazwischen so aber lassen wir die zeit mal weiter laufen damit unsere hühner auch mal produktiv werden weil aktuell kosten sie uns nur geld bringen uns aber noch nichts so wir haben eine monat zusammenfassung die kommt übrigens jeden monat wir hatten kein einkommen wir hatten extreme ausgaben die man eigentlich eher rot bezeichnen sollte als grün die ausgaben sind zwar gestiegen aber es ist ja richtig aber eigentlich ist das negativ wenn die ausgaben steigen finde ich und der gesamtbetrag pro monat ist natürlich minus in dem fall und wir haben noch sieben bonussterne er sagt und wir haben so wenig bonussterne ich soll was machen dagegen quasi und mir geht unter 5000 gefallen das wissen wir wie ihr seht dieser gelbe balken hier übrigens das ist das futter ja das wird dann immer wenn es unter 50 prozent ist zack automatisch gefüttert weil ich die automatische fütterung aktiv habe deswegen ist das oder kann man es nicht vergessen das ist sehr praktisch weil ansonsten kommt die meldung ihre tiere verhungern was wollen wir natürlich nicht ihre tiere verhungern die haben nur noch nichts produziert sobald die hühner ausgewachsen sind fangen sie an eier zu produzieren und diesmal werden wir es auch schaffen denke ich mal guck mal 700 euro im monat hat es uns gekostet die hühner sobald die ausgewachsen sind könnten wir sie theoretisch verkaufen wenn wir allerdings länger warten dann bringen sie uns noch ein bisschen mehr geld dann werden sie noch ein bisschen größer und so dann bremsen war das mal wir sind jetzt am 17.05 2014 die hühner sind jetzt ausgewachsen noch 70 tage lang sie produzieren jetzt nämlich bereits 0,0 das ist hier in tonnen ja das gewicht ist in tonnen also bei hühnereiern da wird da dauert eine weile bis da eine tonne zusammenkommen und wie ihr seht von der tonne bekommt ihr 942 also ist das auch ein witz aber es ist ein nebenprodukt was euch geld bringt aber allein guckt man die hühner pro tonne ja pro tonne hühner kriegt jetzt 63.000 euro das heißt die 0,2 tonnen sind jetzt schon 13.000 euro wert würde also jetzt schon fast den den einsatz den wir reingesteckt haben in den stall schon fast wieder raus holen wir lassen aber noch ein bisschen weiter laufen dann wird das hier noch ein bisschen höher der wert weil die noch ein bisschen an gewicht zu legen die hühner und dann kriegen wir auch mehr dafür im endeffekt dann lohnt sich's mehr also ich habe zwei spiele gestartet gehabt vorab schon mal vorher 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 vor der aufnahme hier und hatte festgestellt dass wenn man ich hatte mit dem ackerbau angefangen habe ein feld gekauft das hat schon mal wahnsinnig viel geld gekostet das eine feld zu kaufen macht sind aber am anfang vielleicht zu pachten kann man ja auch machen könnt ihr die felder auch pachten müsst ihr ja nicht kaufen wir haben jetzt jahreszeiten wechsel übrigens ja wir haben jetzt sommer offiziell das hat der boden sich geändert das problem ist übrigens die bodentextur unter den gebäuden ja die bleibt immer so zu der jahreszeit wie es gekauft habt wenn ihr also wollt dass die gebäude also gleich aussehen vom vom untergrund dann müsst ihr alles in der gleichen jahreszeit kaufen bei mir ist jetzt gerade vollkommen schnuppe ist machen wir einfach weiter so jetzt gucken wir mal rein ob sich was geändert hat im wagen wir sehen sind schon 0,3 tonnen für die hühner aber der preis ist ein bisschen gesunken aber im endeffekt wollen wir jetzt schon 21.000 kriegen da wir noch geld haben und jetzt keine geldnot haben wir können uns hier auch 142 euro durch die eier holen lieber hier unten verkaufen können einfach klack haben die eier verkauft übrigens hier taucht die stallkennung auch auf hier stallkennummer 23 ihr könnt jetzt zum beispiel drei stelle haben wo überall hühner drin sind und damit ihr nicht die falschen hühner verkauft sondern nur die die ihr auch verkaufen wollt hier seht ihr immer die stallkennung mit dazu hier sieht auch die qualität des produkts 100 prozent hervorragend ob es organisch ist also bio ja lagerung lebendes tier wird nicht gelagert quasi ansonsten der verkaufspreis der preis pro tonne den könnt ihr hier nicht einstellen da ist fest festpreis quasi das ist das was der markt anbietet ihr könnt aber wenn ihr die geduld habt hier beim privaten markt auch verkaufen da könnt ihr aber sagen auch wirst du warte ich will ein bisschen mehr haben gibt mir mal so 70.000 die tonne zum beispiel ja und dann könnt ihr auch sagen ich will das den preis verkaufen aber es wird nicht sofort verkauft weil ihr braucht dann diese agentin hier oben johanna ja die marktmanagerin die sie sucht dann die versucht einen käufer zu finden für diesen preis der trotzdem das produkt abnimmt das bringt euch im endeffekt zwar mehr oder kann euch mehr bringen wenn ihr es nicht übertreibt mit dem preis hier kann euch mehr bringen aber wie gesagt es dauert länger wenn ihr sofort geld braucht dann hier aber damit noch ein bisschen zeit haben wenn uns das geld ausgeht würde ich sagen wir lassen noch ein bisschen laufen dann kriegen wir noch mehr für die hühner wir sollten nur darauf achten dass die hühner nicht in den dritten bereich hier reingehen dass die tiere alt sind dann kriegen wir wieder weniger für die tiere die sollten quasi noch im ausgewachsenen stadium sein so wir haben die meldung bekommen dass unser zaun kaputt ist hier der zaun des stalls ist beschädigt du musst den reparieren bevor er kaputt geht und die tiere weg laufen das sieht man so ganz kleines bisschen hier der zaun sieht so ein bisschen löchrig aus falls ihr mehrere stelle habt wird schon irgendwann recht lustig zu erkennen welcher welcher stall ist eigentlich gemeint klickt einfach reparieren kostet euch ein bisschen was aber dafür ist ja repariert so wir lassen weiter laufen und haben dann gleich wieder ausreichend geld verfügbar wir hatten ja 12.000 euro am anfang sind natürlich gleich weg gleich haben wir davon nichts mehr aber es ist nicht weiter tragen wir haben eine monats zusammenfassung wir hatten wieder ein paar ausgaben weil wir auch den zaun reparieren mussten so wir haben noch 20 tage 18 tage ein paar wochen haben wir noch dass die die tiere nicht hier zu alt werden so jetzt wären es noch zwei tage dann würden die tiere alt werden und aber nicht wollen dass sie alt werden weil sie dann uns weniger geld bringen wie schon erwähnte gehen wir jetzt mal in den markt und gucken wir stellen fest wir haben 0,6 tonnen davon jetzt wir haben sogar 0,3 tonnen hühnereier die verkaufen wir erst mal direkt sagt aber wir haben 0,6 tonnen hühner in einer hervorragenden qualität bio produkt ja und wir kriegen ja fast nicht ganz fast 64.000 pro tonne das hat der preis pro tonne wie gesagt und erst mal die 0,6 mal hier reinschieben und stellen fest wir kriegen 37.509 euro das verkaufen einfach direkt weil ich brauch das geld und da da schon haben wir 39.000 euro für 38.000 euro damit lässt sich schon bedeutend besser was anfangen als mit den 12.000 am anfang und ja gucken wir mal was da raus machen erstmal kaufen wir neue hühner würde ich sagen würde ja andere tiere nehmen aber wie gesagt ich brauche da jedes mal sterne für um die freizuschalten also bleibe ich erstmal bei den hühnern später können wir durchaus noch andere dazu nehmen so die haben wir jetzt wieder in auftrag werden wir jetzt eine straße bauen wir haben aktuell nur die straße und andere will uns auch gerade nicht freischalten die ziehen wir hier einfach mal lang so hinter hier einfach so bauen quasi jetzt hier lang ziehe mal ein stückchen wieder noch mehr stelle hinstellen deswegen ziehe ich schon ein bisschen länger da kommen noch mehr stelle hin so wir haben jetzt erstmal neue hühner die autofütterung ist natürlich wieder aktiv und ein baumenü zu verlassen nach dem stück drücken hier aufdrücken und sonst habt immer noch den straßenbau tool aktiv so wir könnten jetzt natürlich auch mit der feldarbeit beginnen wir haben jetzt aber da ja schon juli und juli ist ein bisschen spät aber wir könnten trotzdem tun legen uns auch mal ein kleines feld anlegen wir möchten gelände so das haus noch mal aussparen hier so ihr seht es geht wahnsinnig schnell ins geld so ein grundstück zu kaufen über die maximale größe ist 10 mal 20 ja also 200 quadrate größer als 200 quadrate dürft ihr nicht die bodenqualität ist mit 84 prozent naja könnte besser sein aber ihr seht allein schon dieses feld zu kaufen ich könnte es mir aktuell sogar leisten aber mein geld weg kostet wahnsinnig viel geld aber wenn wir das nicht machen wollen machen wir 100 quadrate kostet 16.000 ist auch schon teuer genug aber können wir uns leisten ich kaufe mal gerne sachen pachten das kostet 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 pro tag und so zahle ich einmal und hat für immer so hier ist der wasserstand vom feld jetzt sehen wir hier nämlich die infotafel vom feld die rote rand hier ist natürlich die umrandung vom feld hier ist die bodenqualität ist bei 67 prozent es ist organische feldfrüchte also bio weil keine synthetische dünger oder synthetische spray benutzt wurde es ist der wasserstand liegt bei 87 prozent und es ist natürlich noch nicht reif erwartet ertrag nach ernte gemäß des prozentualen reifegrade ist einfach noch nichts wenn ihr das anklickt dann habt ihr jetzt ein paar optionen ihr könnt das natürlich verkaufen ihr könnt es pflügen weil das müssen wir ja erstmal so machen wir können es bewässern wir können aber auch eine automatische bewässerung aktivieren für den fall dass es unter 50 prozent fällt was wir aktuell aber noch nicht benötigen weil ja eh noch nichts darauf gesät ist wir werden es erstmal flügen so gehen wir auf den flug und stellen fest wir haben es gibt drei verschiedene flüge sind einen einfachen einen modernen und einen luxuriösen die haben natürlich verschiedene eigenschaften er nimmt einen garagen platz weg r2 und r4 die beiden die oben müssen erst noch freigeschaltet werden sowieso und die hier oben sind natürlich auch effektiver aber auch teurer aber gar nicht viel teurer aber wir nehmen einfach einen einfachen flug hier könnten wir ihn kaufen für 10.000 wir können aber auch einfach sagen wir pachten ihn für 1000 und dann wird er jetzt über unser feld ackern und wird das stückchenweise flügen wenn er das gepflügt hat könnten wir es anschließend noch düngen und dann müssen wir mal abwarten ansonsten könnt ihr natürlich schon überlegen was wir darauf machen wollen wir hätten jetzt aktuell juli ja müssen wir mal gucken was wir da säen können sinnvoll ist ich habe ja auch mal eine hier eine beginnende wachstum im jahreszeit ja januar märz februar brombeere scheint egal zu sein da haben wir das nicht ja wie ihr seht die sachen brauchen auch ein bisschen ein bisschen also die bäume sind schon mal nicht geeignet jetzt ist auch nicht märz februar januar februar ja wie ihr seht die sachen brauchen auch verschiedene verschiedene bodeneigenschaften hier seht ihr die wachstumsphasen in tagen wie lange es dauert wie viel bedarf an sonnenstunden besteht tolerierte mindesttemperatur es sollte also nicht unter 0 grad fallen die optimale temperatur für schwachstum wäre diese die höchsttemperatur soll nicht über 40 grad werden und der regen als sollte möglichst so nass sein wenn ihr mal guckt zum beispiel bei dem reis hier ist natürlich extrem nass und weiß man ja das wird ja eigentlich sogar in so wasserbecken fast schon gepflanzt also in so sumpfartigen morastigen bäumen das ist richtig so extrem nass ist die sonnenblumen verträgt mehr hitze zum beispiel weiß jetzt nicht ob wir überhaupt was finden was wir da jetzt aussehen könnten wir sind auch doch die berühmte bodenqualität einige wollen natürlich eine bessere qualität haben als andere hülsenflüchte ja auch märz da keine angaben dazu märz oder weinewebe und gemüse haben wir ja auch nichts also wie ihr seht wie wir ein gesicht das wir im bimby anbauen können aber eigentlich müssen die getreidesorten durchaus drin sein ja müsste man mal gucken was man eigentlich da nehmen kann wir können ihn hier dann befragen wenn das fertig ist können wir ihn mal einstellen ratschlag von ihm erhalten natürlich dann ein rad so ich beschleunige das fliegen mal ein bisschen aber eben jetzt nur mit mal 10 damit es hier ein bisschen zügiger geht es ist ja dort das ewig ja auch ein paar spielstunden dazu um das zu machen so er ist fertig mit flügen und jetzt könnten wir da drauf noch düngen um die qualität des bodens noch mal weiter zu erhöhen das machen wir auf und ich entscheide mich grundsätzlich für organischen dünger weil ich möchte dass meine produkte bio sind so wir nehmen organik fertilizer habe ja nur das kleine paket verfügbar das tut dem nährwert von 10 hinzufügen die mittelgroße wurde 15 und das große sogar 20 hinzufügen da wir aktuell nur den kleinen haben nehmen wir den kleinen weil ich möchte meine sterne noch ein bisschen aufheben so nehmen wir auch noch nicht wie ein düngefahrzeug im düngefahrzeug haben wir nicht achten war also wieder kostet wieder 800 der fällt jetzt auch wieder übers feld das wenn man wieder beschleunigen hier das dauert sonst eine ewigkeit wie gesagt aber wir erhöhen dadurch die hohen qualität auf immerhin 75 so unsere hühner laufen hier ganz gemütlich die haben nichts zu tun so jetzt könnten wir natürlich sehen aber wenn wir nicht wissen was wir sehen sollen nehmen wir fahren wir mal Eloy so Eloy gibt uns tipps Eloy sagt guckt mal da wo jetzt der stern ausgefüllt ist ja absolut für das wachstum bevorzugt geschätzter ertrag 7 prozent 80,7 geschätzte qualitäten prozent 33 ja hier könnt ihr immer so gucken was dabei rauskommen wird weil für brombeeren werden ganz schlecht bürnbaum naja qualität gleich null ähm wir können natürlich wieder filtern also flauma würde er empfehlen ertrag in prozent 80 aber qualität geschätzt null ähm wir haben einfach jetzt eine schlechte jahreszeit erwischt das ist dann eigentlich schon zu spät um noch was zu pflanzen vielleicht sollten wir es auch für dieses jahr auch einfacher lassen kostet uns nur ein haufen geld und es kastanien weil ihr seht die qualität der produkte wäre überall im keller gerade obwohl hier hafer aber wir haben nicht mehr das werden wir nicht schaffen die temperaturen wir haben ja juli schon das dauert hier zwei monate nochmal zwei das sind dreieinhalb monate bis der ausgewachsen ist ne quatsch eins zwei drei vier viereinhalb monate viereinhalb monate das wäre dann mitten im dezember Ende dezember zum jahreswechsel hin das wäre natürlich schwachsinn da wird das natürlich vollkommen kaputt gehen in der zwischenzeit einfach schon das wäre ja blöd lavendel wäre natürlich eine möglichkeit lavendel wäre natürlich eine gute möglichkeit geschätzter ertrag ist relativ hoch im april das würde mal 60 sind zwei monate naja etwa drei monate oktober das dinge vielleicht temperatur 10 bis 30 grad die optimale das könnte gehen das könnte gehen Mais der braucht zu lange Narzissen Blumen man könnte natürlich auch Blumen anpflanzen aber ja die Temperaturen 10 bis 30 na das sollte man hinkriegen aber Lavendel wäre ja auch eine Blume ich weiß aber Narzissen brauchen weniger wir müssen die halt freischalten vorher ist das Problem ne das heißt ich muss mal für Sterne einsetzen der Reis braucht auch zu lange eine Blume wäre möglich alles andere wäre erst im Frühjahr machbar Sonnenblume dauert auch zu lange lustigerweise gehören die Tulpen hier zum Getreide aber lassen wir mal so stehen also Lavendel ist okay Narzissen ist okay Hafer wäre auch noch okay aber da ist würde ich mir Hafer dauert zu lange das wird nichts das wird zu kalt dann aber Lavendel und Narzissen das wäre natürlich eine machbare Sache so ähm ich sage wir nehmen wie lange brauchen die Rosen? zwei Monate, drei Monate? dreieinhalb Monate dreieinhalb Monate wir nehmen einfach mal Lavendel wir nehmen einfach mal Lavendel manuelle Arbeit ist notwendig ist nicht weiter tragisch wir schalten jetzt Lavendel frei und nehmen einfach Lavendel so da brauchen wir natürlich wieder eine Sämaschine die wir dann wiederum packen für den Tausender und die jetzt weil wir die Zeit immer noch beschleunigt haben auf mal 10 relativ schnell das Feld sät um zu verhindern dass uns das Wasser ausgeht auf dem Feld äh weil die Pflanzen wahrscheinlich Wasser brauchen wir gegebenenfalls falls vielleicht so wenig regnet werden wir die automatische Bewässerung aktivieren bei unter 50% und wir wollen ja dass es auch entsprechend was wird hier so bei unterschiedlichen Wachstumstufen könnt ihr zwischendurch auch noch denn nochmal spritzen zweimal einmal in der Jungpflanzenphase und einmal in der Blühphase und danach kann es dann auch schon geerntet werden wir beschleunigen mal ein bisschen die Zeit und gucken mal was passiert so wir haben einmal die Monatsübersicht wir haben ein Einkommen, Ausgaben und den Gesamtbetrag pro Monat wir haben also noch ein bisschen was übrig die Sterne sind gesunken ja ich habe nicht genug Sterne sagt er mir immer wieder so wir sehen dass es auf dem Feld eigentlich gerade also überwintern bis Monat das Wachstum wird im festgelegten Monat beginnen achso ok ich habe das jetzt schon gesät achso die lassen die jetzt im Winter stehen sie überwinden die soll jetzt überwintern ah ok also wir können quasi die Fälle auf dem Wege vorbereiten und dann müssen sie überwintern wird in dem festgelegten Monat beginnen im April also erst hätte ich das gewusst nicht was anderes gepflanzt nein man lernt ja halt nie aus ne aber wir haben unsere Hühner noch wir können ja mal gucken was der Computer gerade macht er hat ein Feld mit Karotten angesät gepflanzte Feldfrüchte sind Karotten er hat Karotten angepflanzt und hat eine relativ gute Bodenqualität er nutzt viele Fahrzeuge er hat gleich eine große Garage gebaut zwei große Lagerhäuser und hat hier gleich ein riesen Aufgebot gemacht und Karotten wachsen sogar noch wir sind in Schlafphase noch 15 Tage lang aber das halbe Feld hier hinten wie ihr seht wird nichts nur das was für grün ist der Rest ist schon vertrocknen wir beschleunigen die Zeit wieder aber ich denke die Folge ist bestimmt eh schon zu Ende ich habe mich wieder mal vergessen meinen Timer anzumachen wie immer und ich bedanke mich dass ihr dabei wart und in der nächsten Folge geht es dann wieder mit der Zeitbesteuerung weiter wir achten auf unsere Hühner und natürlich auf unseren Lavendel den wir da oben gepflanzt haben und bedanke mich dass ihr dabei wart hoffe ihr hattet Spaß und hoffe ihr seid morgen wieder mit dabei und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss